Hallo, ich bin Ulla Baumgartner, ich arbeite seit 1.7.2011 bei der Ehrenamtsbörse in Bad Kreuznach. Es macht mir viel Spaß und ich wünsche, dass viele Ehrenamtliche sowie Bedürftige oder auch Interessierte daran teilnehmen. Ich heiße Heinz Zingen und helfe der Frau Baumgartner bei ihrer Arbeit, die interessant ist und die mich ebenfalls interessiert und einige Verbindungen zu meiner früheren ehrenamtlichen Tätigkeit im Bereich der Kommunalpolitik hat, in der ich schon feststellen konnte, dass es viele Menschen gibt, die nach ihrer beruflichen Tätigkeit noch eine Aufgabe suchen. Hallo, mein Name ist Martina Hassel, ich bin Bürgermeisterin in der Stadt Bad Kreuznach und ich freue mich riesig, dass es jetzt zwei tolle Menschen gibt, die sich um das Thema Ehrenamt wirklich mal so im Detail kümmern. Mir ist es ganz wichtig, dass weiterhin Menschen sich ehrenamtlich engagieren, aber das geschieht eben oft nicht von selbst. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.